Herzlich Willkommen im Bundschuh in Untergrombach. Treten Sie ein und genießen Sie im Sommer den liebevoll eingerichteten Biergarten zu einem erfrischenden Getränk oder wählen Sie aus der reichhaltigen Speisekarte ein herzhaftes Essen aus. Im Innenbereich des Lokals erwartet Sie eine urige Atmosphäre, ausgeschmückt mit vielen kleinen Details, die den Besuch zu einem wahren Erlebnis machen. Unser Restaurant bietet auf zwei Etagen zahlreiche Sitzmöglichkeiten. Egal ob an Feiertagen oder Wochentagen, im Bundschuh können Sie mit Familie, Freunden und Bekannten herzhafte Mahlzeiten genießen und aus einem vielfältigen Sortiment an Getränken auswählen. Unter anderem erhalten Sie in Bundschuh ein täglich frisch gezapftes Bier der Fürstenberg-Kauerei. Lassen Sie es sich schmecken! Sie haben die freie Auswahl, ob Sie in einem ruhigen, ungestörten Bereich oder mitten im lebhaften Bundschuh den Abend verbringen möchten. An ausgewählten Tagen sorgt live Musik für feierliche Stimmung und auch der Gewölbe-Partykeller lädt alle zwei Wochen zu ausgiebigen Motto-Partys ein. All dies kombiniert mit zahlreichen freundlichen Bedienungen macht den Bundschuh in Untergrombach zu dem Szene-Lokal in der Region. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Ihr Bundschuh Team Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Wir freuen uns auf Ihren Besuch!